Hey Leute und willkommen zum zweiten Part von The Legend of Zelda Greener of Time. Heute werden wir den Dekobaum erstmal bis zum Keller uns vorarbeiten und dann das Dungeon Item erstmal einsammeln oder jetzt das Dungeon Item und dann in den Keller. Ich weiß nicht mehr genau wie das war. So, ich glaube jetzt hier, man kommt mal an die Dungeon Karte, wenn ich mich nochmal erinnere. Ich glaube schon, ich glaube schon, ich glaube schon, ich glaube schon. Das ist die Dungeon Karte. Okay, dann müsste der Kompass irgendwo im oberen Stock sein. Hey Navi, ich habe verstanden. Bitte halt die Fresse. Warte, Navi, bitte. Bitte, Navi. Navi, halt die Fresse. Hey, danke. Blue Icon. Danke. Danke, Navi. Danke, danke. Okay, ja sowas. Okay. Okay, wieso nicht? Ja. Warte, wie war es nochmal? Wie ich mich... was... Okay. Okay, bitte. Okay. So, hier und da, hier rüber. Hier bekommen wir jetzt das Dungeon Item. Glaub ich mal. Aber normalerweise schon. Okay. 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 Jetzt müsste eigentlich hinter uns eine Leiter sein, auf die wir mit dem Item draufschießen und dann fällt die runter. Warte. Ich muss hier kurz rausfinden, da ist sie. So. So, so. Äh, dann machen wir das so. So. Irgendwie schieß ich nochmal. Ich mach mich an. Ich mach mich nochmal an. Äh, hallo? Okay, dann nicht. Ähm. Wir nehmen jetzt das Item raus. schießen okay schießen willst du auch nicht okay ach so dumm sorry link bitte geh hoch danke danke link raus und jetzt können wir eigentlich diese spinnen abschießen und die wand hoch zu klettern ich will mich noch mal an nicht vergessen ich hab gar nicht was anzustellen auf meinem emulator ich vergesse mal wie man schießt ich habe ihn nie benutzt und werde ihn auch nie benutzen was bringt das einem überhaupt was jemand das weiß schreibt es gerne in die kommentare ich habe keinen plan zu dieses item da ist jetzt geht es eigentlich in den keller und man bekommt nix perfekt Was ist das hier? Was ist das hier? Dick, wozu? So. 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 Keine Ahnung, so. Ich habe jetzt einen Kompass dabei. So. Okay. Einen Dekostick. Okay, jetzt haben wir den Kompass. Ich weiß nicht mehr, wo es wieder dient. Ich weiß gar nichts mehr. Da ist jetzt noch eine Truhe. Die werde ich noch mal holen. Auf. Jetzt noch mal. Und auf. So. 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 Okay. So. 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 Und. Das war's noch mit diesem Part. Wir sehen uns dann morgen oder irgendwann im nächsten Part, da werde ich dann auch die Spinne bzw. der Bus dieses Dungeons bezwingen und dann geht's auf um die Rudodorfhöhle, keine Ahnung, empfangen wir dann wieder, irgendwo, ne, ich hab den Namen vergessen, ich bin so raus aus Sider, hol dir. Wir sehen uns dann morgen und ja, bis dann.